ein wunderschönen guten morgen aus hamburg es ist donnerstag 8 uhr 30 der siebte siebte 2022 mein name ist carlos martin zu hören uns live aus traders club training raum wir bereiten uns auf unserem ordentlichen tax trade vor und in alter manier die erste der erste trade hier ist der big number und wir platzieren die big number 12.707 würden wir long gehen 12.692 würden wir short gehen und auch das sehen wir hier wir haben ein gap eine kurslücke hier und das gap können wir hier sehen ist zu mehr oder weniger diese zone und das ist auch schon die erste zone bei 12.653 kennen wir ist auch unser tech profit linie nummer eins tech profit linie nummer zwei liegt heute hier ein bisschen drüber weil wir haben bei 40 die ersten widerstand da dümpelt der markt aktuell auch rum gut gab es gestern gab es gestern blue boxen die wir hätten treten können ihr seht alles große bewegung alle boxen über 40 über 30 also da gab es nichts für uns und wir gehen jetzt einmal in die vola box rein und schauen einmal hier vola box gab es gestern gute hier ihr seht ihr 12 da gab es also schöne bewegungen und wo kommt die vola box heute rein wir haben eine vola box bei 12.685 das ist also hier 38 retracement da kommt eine vola box rein mtx passen wir auf wir haben bis zum daily pivot richtig luft also das könnte auch ein trade werden denn mtx gestern wer es gemacht hat gab es richtig coole setups einmal short einmal long und noch mal short und wir haben diesen trade auch gemacht hier ja die beiden haben wir verpasst guck mal wie es heute rein kommt bin ich gespannt also gut also morning wake up wir machen mal grund einmal ein blick auf die märkte fangen an bei bitcoin jeden morgen das gleiche und wir sind wieder über 20.000 bitcoins daily chart wir sind immer noch im daily tendenz short vier stunde sind für long stunde long 30 long 15 long 15 short schuldigung und fünf minuten auch short nächster markt hier in der kategorie ist der kategorie ist der kategorie liegt bei 1165 daily short vier stunde long stunde long 30 long 15 long und und fünf und fünf auch long daily short 4 stunde short 4 stunde long 30 long 15 long und fünf minuten auch long und kommen wir zum öl ist unter 100 der kategorie start und wir haben hier nochmal in öl und wir haben hier nochmal in öl die unterstützung vier stunde short stunde short 30 short 50 long fünf minuten auch long gold daily short vier stunde short stunde short 30 short und fünf minuten auch long letzte markt hier ist dax daily short vier stunde short stunde long 30 15 und 5 minuten auch long und wir sehen die kurs lücken wir bleiben mal hier die gaps schweizer käse einmal hier geschlossen und das nächste gab ist dann hier eben schon erwähnt wir gehen mal auf den 15 minuten chart sehen wir hier noch löcher yes und nach wie vor ist das hier und das ist bei 900 ja 12.900 ist das gab hier das ist die zone die sollten wir immer im auge behalten da oben ja ich den chart bisschen kleiner mache sehen wir hier die lücke ist zu die lücke ist zu also diese lücke ist denn noch da unten haben wir keine lücke aktuell also 12.900 im focus so 12.713 gucken ob der dax in unsere falle reinläuft bei mtx schauen wir gleich auf die nix denn drei minuten wird sich sein aber vielleicht 45 also ich lasse man diesen kleinen chart hier offen dass wir da mal ein blick drauf werfen parallel dazu wunderbar okay dann wünsche ich gutes gelingen die falle hat zugeschnappt 11.700 07 11 12 1692 short 12 1705 12 1692 short es ist 8 39 so und auch hier im youtube kanal 8 46 die kamera ist weg aktuell wir müssen update machen für adobe und wir sind long im ersten trade in der big number big number ist in den gewinn gelaufen wir sehen es hier das war dann der eröffnung straight auch hier und ich wünsche ein youtube ist man schön handelstag wir machen jetzt weiter das war so ein bisschen stretching und guck mal wie volatil die märkte sind mtx haben wir von der gesehen mtx kommt noch nicht da haben wir noch kein signal vielleicht jetzt bei der markteröffnung in vier minuten und damit verabschiede ich mich dann auch bei den youtube plan bis morgen morgen kein trade trading weil wir morgen arbeitsmarkt zahlen dann tatsächlich haben und da wird nicht getradet nach dem traden ist vor dem traden wie ihr wisst bin ich sehr kaffee durstig aber ich habe einen auftrag der regisseur sagt ich darf nicht kaffee holen bevor ich nicht euch motiviert habe unseren kanal zu abonnieren und natürlich uns zu leiden